So, herzlich willkommen zu unserem Crossfit Born Home Workout. Zwei Runden heute, 50 Single Under, dann haben wir 12 Alternative Lunges und dann haben wir 8 pro Seite Bodyweight Single Leg Remaining Deadlifts. Dann 10 Plank Walks. Und dann haben wir 6 pro Seite Odd Object Clean and Strict Presses. So, im Kraftteil für den Unterkörper 3 Sätze, 8 pro Seite mit 2 Kettlebells oder Dumbbells, Rearfoot Elevated Split Squats, mit dem Tempo 3 Sekunden runter und 2 Sekunden halten, exklusiv aufstellen und oben eine Sekunde kontrolliert stehen. 1, 2, 3 runter, 1, 2 halten, exklusiv raus, oben eine Sekunde stehen. Zweite Übung, 12 bis 16, Front Rack Walking Lunges, auch mit 2 Kettlebells oder Dumbbells. Dann 8 pro Seite Feet Elevated Single Leg Remaining Deadlifts. Und dann haben wir 30 Sekunden Goblet Squat Hold. Das Open Workout 13.4 steht heute auf dem Plan. Ein 14-minütiges M-Rap, 60 Kalorienrudern, 50 Toss-to-bar, 40 Wallballs, 30 Cleans und 20 Muscle-Ups. Zu Hause würdet ihr mit 200 Double Under anfangen, dann 50 We-Ups oder Knees-to-Elbom, dann 40 Thruster, 30 Object Cleans und 20 Muscle-Up Push-Ups. Super. Viel Spaß. Viel Spaß. Viel Spaß.